Fokus Entertainment präsentiert uns Atomic Heart und da spielen wir heute weiter. Ich bin gespannt, was wir mit der guten Borscherin, Dame, anstellen werden. Ich bin gespannt. Wir sind ja wieder in unseren Wohlfühlplatz mental geschickt worden, wo wir als großer Feldbüscher in der Gegend mal haben. Wir haben unser Kerber whatever tut, was Satchelov von uns möchte. Und ja, dann machen wir jetzt einfach weiter, halt gesagt. Denn es ist doch wunderschön chaotisch, was da ist, abgeht. So. Oh, und anscheinend ist der Trip diesmal wilder. Ah, naja, dann sind wir letztes Mal angekommen hier. Das ist natürlich für euch. Mh, mh. We are all monsters in the dark, my boy. Ui. Oh, ja. Oh, ja. Das Buch ist die Menschheit und die Menschheit. Die Menschen haben keine Zeit, um sich zu beten, um sich zu der Wissenschaft. Auf der anderen Seite des Welt, sie arbeiten mit dem Geld. Und auf der Zeit, sie spielen mit dem Kraft des Massen. Forschen um das Forschen um das Willen, klingt das ein bisschen. Was haben wir angestellt? Hallo Herr Bane. Hallo Herr Bane, ja. Du Bane, ihr werdet euch Zeit fürs Streamen, dann könnten wir uns ja die letzten zwei Folgen von Bad Batch geben. Oha. Oha. Du machst nichts, aber nur Salk und fließt auf die Handel auf die Hände. Nichts, aber nur Blut und riecht auf die Hände überall. Desgracevoll. Was hat deine Frau mit mir gemacht? Meine Kartinka. Unsere Kartinka. Sie spielen mit deinem Memorien, Sonny. Frau, was bist du? Sie war meine Frau, aber sie war deine... Ekaterina Nachaiva, Codename Blesna, Mitglied der Argentin Speck-Op-Squad. Nice. So you must be... Your mother-in-law, you stupid ignoramus. You worked for Sechenov until those Bulgarian terrorists blew you up. Katja didn't make it. Then Sechenov turned you into a monster. Yeah, I may have heard something about that. Why are you just sitting there if you already knew? I've been keeping an eye on you ever since. I figured there must be some humanity somewhere in you. Sorry lady, but you figured wrong. My past, my present. It's all gone. Wait, where's Larissa? She's everywhere. You scattered her to the four winds. Oha. Oha. Fuck. You got a gun lady. Does it look like I don't have one? What would you like? Anything will do. I just need to blow my head off. Donk. Just blow your own damn brains out and be done with it. Then Sechenov turn everyone into mindless meatbags. First the Soviet Union, then the rest of the world. If you get it, then get up. I'll give you weapons, lots of them. But only if you promise me you'll put that freak down once and for all. Yeah, good. With the cochlea is only fun. What's the matter? Cat got your tongue? Listen to your elders, Major. Comrade Sechenov's deeds demand vengeance. What, what is this shit, Sergei? It is me, Zenaida. Chariton Zaharov. Chariton? You devil! You're alive! In a sense. An evil wizard turned me into polymer goo. Wait a fucking minute. Are you telling me you've known Granny Zena this whole time? Keeping secrets can be very useful, Major. They haven't let us down yet. Useful to who? You keeping secrets is letting me down. Sechenov must be off his rocker if he's doing this kind of stuff to people. Wait a second. What about Katya, Kartinka? Could she still be alive? It's possible, but in what state? Just look at me. I'm not sure I'm better off, but I don't have hard data at this time. I'm begging you, Sergei. Sechenov has to die! Jeez, get off my back already. Crispy critters? What the hell is going on around here? On the one hand, I've got lying manipulative dicks who claim to be noble avengers. On the other, I've got a Soviet scientist and member of the academy who wants to enlighten all mankind and use me to get rid of assholes. According to the manipulative dicks, that is. Okay, I'm not laying a finger on Sechenov. I'm out. I love this game. Whatever lady, why don't you show me? Yeah! Yeet! Yeet it is! Whatever lady. Why don't you show me what's in that arsenal yours? Hehehehe. Okay. We're not Oliver. Passed. Unser Brain Link. Achso, ne, den haben wir ja nie gehabt. Und ja, Bane. Und ja, Bane. Und auch had a black badge. So. Das heißt, die gute Larissa hat mal komplett zerstört. Ja. Hashtag short. Schauen wir mal, haben wir da wieder neue Upgrades? Oh, nicht schon wieder die. Ja, die, die zwar dings haben wir immer noch nicht. KS ist ja auch schwarze, und die Railgun ist halt the Railgun. Ah. Oh, I'm sick of you going on about the glove. But I'm right, darling. Yeah, yeah, you just wanna murder me. Not gonna happen. How could you even think that, sugar? I only kill pathetic, horny little pipsqueaks to try to enter me, when all I want is you. How many times do I have to tell you to stop killing people? But that's beyond me, sugar. I can't help myself. Then you'll have to deal with the glove until you can. You should forbid her from telling you to remove the glove. You see? He is turning you against me. Oh, sneaky manipulator. Darling. Take off the disgusting thing right now. I would say, I would say, it would be really cool, if you would like to disassemble me your maniacal ram, where you would like to pick up and pick up and pick up. Whatever you say, Master. Just enter me often and keep punishing me. So, 600 Polymer. Ich glaube, wir sind Polymer technisch ziemlich ... 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 Sollte dem offen besser sein, wenn ihr die Leute damit trefft und das. Ja, das war sie. Ach was. weg wie das ist ok oh ja so ist der Kopf oder so uah hmm impressive das war durchaus impressive ok der Kampf gegen die war mal durchaus entspannt so na dann proben wir uns wohl zwar sein so das ist hm Abolition of Capitalism, Establishment of Communism, Establishing Social and Moral Ideals, Consistent with the Beliefs of a Soviet Person. The Method of Execution is the Seizure of the Strategic and Military Facilities, Followed by Disconnection and Shutdown of Nuclear Power Plants. Effective Deactivation of the Atomic Heart of America, Complete Surrender of the Government, and the Transfer of Power to the Top Leadership of the USSR. So, how are they going to pull that off? Well, Sergei, first they sell robots, then they simply give them away as aid. Once they reach critical mass, they take over all the power plants and cut off the power. So, der wird sehlich leben. Mach schon geil aus. Got to slowen. I am pleased to inform you that the Atomic Heart Project is now complete and ready for launch. This is a top-secret project designed to crush the resistance of our class enemies. Be cool. At full speed, the GMC-69 Geodesic Monocycle's Wheel can slice a man's body in half. Its standard loadout includes a 7.62mm machine gun that can be replaced with a flamethrower or laser gun. So, what are we going to do with a flamethrower or laser gun that can squeeze up to 5 liters of blood from a human body in underground. So, what are we going to do with a flamethrower? O, what are we going to do with a flamethrower? But it is quite adaptable. The Bumblebee has a silo mode for infiltrating enemy lines. Oh, it's coming to the surface all across a lot. So, what are we going to do with a flamethrower? This is only a plush in an exoskeleton. This explains a lot. How do we all get off the level, what are we going to do with a flamethrower? Wow. Es ist eine spezielle Klampe. Es ist programmiert um den subjecten zu geladen. Es ist die idealen Anti-Personnell-Operator. Programmiert mit advanced Melee-Technik-Systems, Prioritizing... Schöön! ...dramatischen Reaktion... ...dramatische Dronen. ...dramatische Dronen. ...dramatische Dronen kann ein Schlafen aus dem Sieg. Die MFU 68-Aberer ist sehr veröffentlicht... ...dramatische Roboter-Romotische Staff der Prism, ...dramatische Dramatische Dramatischen. Die Dinger schon. Ja, finde ich schön. So, da können wir speichern. Na dann. Auf gehts! Was haben wir da für Rogar? Hm. Der rote Lacke ist immer noch da. 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 Progresse. Right, left. Terminate. Hm. Das ist mein Part abkämpfend. Wo du es bist? Oh. 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 Der Namekode. Oh, 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 ah. Ja gut, das nochmal. Oh, 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 oh. So, so. Das lange Geld ist ja schon. Alter, wie schnell musst du das klicken, bitchhands? Bist du deppert, Alter? Ich hasse. diese quick, quick, äh, die Story hast, ähm, 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 quick, alter, quick time events. Die Huttshand flut macht. Ich finde es in diesen angegeltenden Schnaufen hier gut. Aha. Ach, eh. Uh. Du. Du. Bist du. Ein, ein Stritt hat er hier entgegen. Boah. Ha, 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 ha. Donk. Gegen den Flieger. Nochmal. Au. Was ist mit Quick Time Events oder wie? Hm. Kann man jetzt endlich selbst kämpfen, oder? Wohl nicht. Wohl nicht. Was ist mit der wirklichen Leben, was das? Stop blämming die Maschinen, Major. Freakin' fucking critters. Das sind die Hörbe. Wohl nicht. Wohl nicht. Stopp messen mit meinem Kopf. So, ein dieser Roboter ist Ekaterina Nechaiva. Die Frau, ich weiß nicht. Aber welcher? Oh. 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 Jetzt sind wir gerade noch drin und dann werden wir uns bereuen, dass wir sie gefehlt haben, oder so? Oh. Oh. Easy. Oh. Bombs. Huss. 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 Das ist Willen. Na, K-Zin. Oder zumindest. Kann er doch mal einen Frieden geben? Das ist gut jetzt. Das Willen. Noch einmal. Oh. Hm? Das Willen. Wieder Baller getrunken. So scheiß. Trämmes. Where does beauty? Gut schaut dann gut aus. Rums. Irgendwie ist das Wetter draußen schlecht geworden. Oh. 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 Oh, oh. Oh. Er hat den Ausgaben in deinem Schmerz geredet und hat dich zu bemübungen. Ich hatte nicht die Reise, also erinnere ich es raus. Er ist der Falle. Fragen Sie, Charit. Hat du wieder das Gleiche für Dr. Filatova gemacht? Hat du meinen Akent enthiert die Runde auszuziehen? Ich nehme deine Glieder, Dimitri. Ich hatte deine DOE, während du auf dem Weg gebräuchend bist. Aber sie haben nicht verdient zu sterben. Warum hast du das gemacht? Du scheiße, das ganze Zeit! Ich habe genug von dir, Mädchen. Deine Arbeit ist weg. P3, mein Junge! Steig! 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 Was willst du? Ich will das alles enden, Dimitri. Ich will deine pathetische Menschheit wissen, dass es keine Zukunft hat. Es ist Zeit für ihn zu steigen. Und für die nächste Phase der Entwicklung. Ich will das! 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 Das ist die Wahrheit. Die Menschen kommen nicht mehr auf sichern. Alles, was er braucht, ist die Wunstung und Havezüge. Wie von jemandem andere. Sie wollen nie ein集, mit dem Massen der Ukraine. Nein, 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 nicht Charity. Nein, 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 Charity. Der stimmt noch umher. Hm? Okay. The Argentum unit entered Dr. Sechenov's office and found no trace of the doctor. According to partially reconstructed footage, it appears the humanoid neuropolymer object approached Dr. Sechenov's body. And then completely consumed it. After the events described in the report, the unidentified humanoid neuropolymer object left Dr. Sechenov's office and vanished. Hmm. Dumb. Crispy. Crispy. Player behind Dr. Sechenov's office and LEO Alter Schwede! Überraschend schnell doch haben wir ausgewiesen. Alter Schwede! Also das war ein denkbares Bad Ending. Ähm... Alter Vater. Setschnoff tot. Wir mehr oder weniger tot. Oder halt weg. Fertig. Der Typ losgelassen. Er hat halt diesen anderen Sender da kaputt gemacht. Er war trotzdem ziemlich kritisch. Wenn wir das mal interrumpen. Schauen ob wir am Anfang mal gucken. Tatsächlich. Ja. Also wir sind tatsächlich ein Spiel durch. Ich bin überrascht. Es sieht doch schon aus. Ja. Es war bei Gott nicht schlecht. Aber... Aber also ich habe nicht damit gerechnet. Dass es zum an jetzt schon sofort aus ist. Und das ist derartig... Derartig... Das ist dermaßen schnell... Äh... Ich hoffe er ist. Faszinierend. Ähm... Ja. Ähm... Ähm... Das war dann wohl Atomicard. Faszinierend. Ähm... Wie gesagt. Ein denkbares schlechtes Ende. Faszinierend. Passt halt leider zum... Spiel dazu. Gutes Spiel. Oh wow. Also... Ja. Da sieht man mal wie machtlos eigentlich der Hauptcharakter war. Hat sich das volle Programm geben. Das war auch die Idee des bösen... Protagonisten. Sag ich mal. Aber alter Schwede. Das war... Also das Ende habe ich wirklich nicht gekommen. Wahnsinn. Das ist unser böser Bube. Der hier ist. Na gut. Danke fürs Zuschauen. Und sollte ich wieder mal... Oder sollte es Updates geben. Oder sonstige Sachen zu dem Spiel. Wer sagt ja. Gibt es wieder etwas Tolles zum Spielen. Dann werde es wohl lang gehen. Macht es gut. Bye bye. Und bis zum nächsten Mal.